Mojo Leute Guten Tag Jo, äh, wir zacken nochmal, auf gut Glück, nochmal ne neue Runde Zombie Mode Oh ja, muss nochmal sein, eindeutig Ähm, ok, also aus meiner Sicht werdet ihr sowas nicht zu sehen bekommen In erster Linie, weil ich hier ohne Aufnehmen mit 30 Rames rumlaufe Ich ne, ich grad mit Aufnehmen 30 Rames Ahahaha, ja, dein Computer ist immer noch ungefähr 3 Jahre jünger, aber ok Ja, ja, warum, da unten kommt die Zampel gerade Oh, der ist aber, Gott sei Dank, das ist doch meiner Kannst denn brennen? Haben Ich weiß auch, wo noch einer kommt Den kriegst du, den kriegst du Nee, hier kannst du den grad mal da ein bisschen, ähm, hinhalten, sag ich mal Ich stell grad noch mal meine Bildschirmauflösung wieder auf Full HD Nee So, ja, weil du ja nicht aufnimmst Ich möchte die Einstellung übernehmen, dann wird die Wanderung, dann wird die Wanderung Ja, natürlich übernehmen Ja, ja, ja Äh, ein so ein Auto Achter, den kannst du haben, weil du hast weniger Points Wenn ich wüsste, wo du bist, kann ich den auch nennen Der ist grad den Last herauf Ah Okay Ich hoffe, diesmal schaffen wir's irgendwie länger, aber ich hab leider nur begrenzt Zeit Mach's mal ganz kurz, ich bin noch mal ganz ganz kurz weg Alter, mach keinen Scheiß, Alter Nein, ich mach doch keinen Scheiß Hier bin ich wieder Ich hab nur grad prepschlossen, das ist Unnötig zu sehen, wie viele Fremde ich Oh, wer weil, Ach so Also ich hoffe, mich hört man auch gut genug Also ich hör dich jetzt laut genug, also... Komm ich doch mal Nee, ich denk das passt. Ja, wird schon. Oh, das ist meine, das ist meine, das ist meine, das ist meine. Meiner, meiner, meiner! Meiner! Oh ne, jetzt brennt er, jetzt will ich nicht mehr. Ach, dann kann ich ihn nehmen. Ist kein Problem. Ich kann mit den Punkten leben, wenn du die nicht freust. Äh... Ich denke, da kannst du auch noch machen. Ähm... Ja. Ein bisschen von mir... ...hat heute gesagt, wir müssen in unseren Netzplätzen deutlich mehr labern. Ja, ja, ich weiß. Wir labern echt wenig. Ja, aber ich weiß nicht, über was wir labern würden. Schreibt uns doch mal Themen in die Kommentare. Ja genau, schreibt uns kurz in die Kommentare. Bisher haben wir da wirklich... sehr wenig... Ja gut, das ist ja... Ihr könnt ja mal alles... Ihr könnt ja mal alles da reinstellen, was euch so einfällt. Dafür, dass wir 8 Abonnenten haben, ist ja echt wenig. Nein, das geht nicht. Oh, Hitzelste aber angehen mir ganz da, wo... Ach so was, Tür schon offen. Oh, direkt gleich. Ich bin komplett rot. Mach mal, mach mal. Finde nicht so oft im Heuer, wo ich stehe. Ja ne, hier waren halt so viele Zunis. Ach, hier sind echt viele Zunis. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. So. Es geht Moni! Äh, nicht Moni, äh, es geht Polka! Ja, natürlich. Punkt. Ja, mit Max Moni. Du bist... Du bist... Ne, das war jetzt ein Doppelschlag. Tut mir leid, das war ein Doppelschlag. Das konnte ich nicht ahnen. Ne, ne, ne. Das ist jetzt nicht geschafft, aber okay. Jetzt nicht. Jetzt hab ich keinen Moni auf. Krieg der Krieg. Nee, ich krieg das hin. Äh, ich... Jetzt lad doch endlich mal nach hier. Jetzt kannst du zu mir. Wir sind noch so langsam. So. Schön, dass meine Waffe... Na, okay. Meine Waffe sah gerade so aus, als ob die leer wäre. Aber... Boah. Das wär fast wieder ein Doppelschlag gewesen. Ähm. Alter. Na, so. Also ich hab schon mal keine Moni mehr. Das geht doch. Okay, jetzt gehen wir durch, würde ich sagen. Ja, okay. Ich muss unbedingt in die Kiste. Nein. Okay, dann sind wir halt auf. Das ist mir jetzt egal, ich will dann die Kiste verdammt. Mach das. Ja, mach ich ja. Mach ich ja! Also wenn du eine Waffe hast, dann ein bisschen aufpasst. Oh ja. Genau hin. Shotgun. Scheiße. Also die... Also die... Äh, das ist aber jetzt für Runde 4 schickt das noch alle Mal. Oben kommt einer. Mach. 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 Ich liebe es. Echt jetzt. Ähm. Ballistic knife. Was dann? Was hast du denn jetzt gekriegt? Ballistic knife. Oh. Oh. Okay, ich hab jetzt Python und... Und... Ha. Aber die sind mit one shot tot. Ich weiß. Finde ich eigentlich recht geil. Ich hab jetzt Python und Shotgun. Wunderbar. Ja. Das ist geil. Das ist geil, wenn die mit einem Messer tot sind. Ja, das freut dich jetzt, gell. Oh ja. Ich jetzt. Das hast du jetzt gebraucht. Aber ich find das Ballistic knife hier... Fand ich ja schon immer geil. Folgen, weil ich jetzt mit einem Messer töte. Und das gibt Money. Ja, ist ja wunderbar. Jetzt kannst du ja... Jetzt kannst du wieder schön anziehen. We are... It's higher. Sag falsch. Hat mir auch nochmal... Hat Zombies lassen. Ja, fick dich hier, Zombie. Du bist ein Arsch. Ich hätte nicht mal die Kiste gewollt. Sorry. Muss das sein. Ich muss das ausmachen. Seit wann gibt's hier eigentlich wieder die Python in der Kiste? Seit dem Update... Äh... Vor... Vorgestern. Weil davor war ja immer nur dieser... Exekutioner da drin. Die Pythorn war da schon immer noch... Soll ich jetzt gerade mal runter rennen? Da liegt mal zwei. Ich glaube nicht, dass ich das überlebt hab. Dann lass es einfach mal rein. Sorry. Ja gut, mal zwei ist jetzt. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Sag was. So. Äh... Ich wollte eigentlich mehr so eine Bocke runter. Nicht? Ja... Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter mir, hinter mir. Vor mir. Gut. Ist das jetzt neue Runde? Ist das jetzt neu? Ist das jetzt neu? Ich geh an die Kiste. Ich geh an die Kiste. Nein, das ist nicht neue Runde. Ich will die Shotgun nicht haben. Ich bin mal kurz weg. Okay. Oh ja. 577. Ja, warte nochmal. Also töten. Noch nicht alle. Ich geh nochmal kurz weg. Ich doch nicht. Käme mich doch nicht drauf, alle zu töten. Wir dürfen gleich machen. Darf sie jetzt machen. Ach, vielleicht, man. Muss sie nüdern all. Und? Ah, sie sind auch unten. Es sind jetzt, glaube ich, auch nicht... Es sind noch zwei, drei Stück oder so. Da kommt er an. Mal gucken, ob ich was besseres als die Pythorn krieg, obwohl die eigentlich ziemlich geil ist. Ich finde die ziemlich geil, aber das Nachladen finde ich ziemlich scheiße. Ja, das muss man nicht sagen. Aber mit der 5-7-2-Händig und der Pythorn kann ich nicht. Die ist mit der 5-7-2-Händig aufgemotzt. Also wirklich offen, also. Aber dagegen kann man nicht viel sagen. Jetzt muss ich mal gucken, mit wieviel Knives das jetzt... Äh, Knife... Alter, krieg ich grad viele Nachrichten auf, trotz er fickt euch die Rolle. Der kommt jetzt ja auch mal an zu... Ah, da ist einer. Ich bin grad so ein bisschen offen... Ah, ich brauch jetzt schon zwei Knives, schade. Okay, dann wird das jetzt nicht mehr sehr viel mit Knives. Ach, jetzt blinkt mein Handy rum, wie ich das leiden kann. Schreiner! Ah, Schreiner! Oh! Zombies! So toll, jetzt, na toch… Toll! Was denn? Jetzt kommen die halt überall oben hinaus.. und ich muss die Güter nachladen. Ah, ich bin mal im Chat. Das muss man mir auch sagen. Oh, da kommen wohl noch ein paar. Aber es geht. Ich krieg alles hier. Was? Der verrikt nicht. So ein Gerdfach. Ja, du kannst mir ruhig auch was lassen. Ja. Ja. Kiste. Komm schon, Kiste. Sei mir wohl gesonnen. Nee, nicht noch eine Schock. Nee. Die ist aber besser. Ich weiß, aber ich finde, falls Stefan und Püter wird doch... ...tauschen, weil da muss ich nicht so oft nachladen. Nee. Ich mag die Püter. Das ist mir sympathisch. Ah, die sind nicht zu blöd zum Treffen. Was auch sonst? Ja, ja, ja. Oh, da liegt Max unten. Scheiße. Hm. Das ist jetzt schade. Da unten sind mir ein bisschen zu viele Zombies. Oh, scheiße. Das finde ich ja wunderbar. Ich bin nicht im Shit sein. Oh, gerade mal ein dreifacher Kill hier. Hammergeil. Okay, jetzt wird's mir langsam, da muss ich bremslich. Auf der Seite. Also, da kannst du gerade dir so viel abschlaufen. Okay. Ich bin nicht im Shit. Ich bin nicht im Shit. Okay. Das ist das. Okay. 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 Ich bin nicht im Shit. Ich kann dich dann wiederbeleben, als du ihn verkaufen musst. Du gehst öfter drauf als ich... Ich will's nur mal gesagt haben. Ist denn hier der Z-Crawler? Da ist er! Der nächste! Mach da den! Warum hat der Ding keinen Speedloader drauf? Du kannst hier Speedcrawler holen, ja? Die werde ich auch dann machen. Ah, da kommt ein Cola-Ding. Da kam! 1-2, aber da geh ich jetzt drunter. Deswegen geh ich allerdings davon, deswegen auch. Jupp, klaps. Alter. Wollen wir jetzt mal rüber gehen? Wenn du an die Kiste... Wenn du an die Kiste hörst, ja. Ich weiß nicht, soll ich die Pythorn jetzt weiter behalten? Das ist egal. Also ich bin jetzt hier so ein bisschen grad auf Drang getrimmt, aber... Was hast denn du dir hier für uns lang geholt? Speedcrawler? Wegen der Pythorn? Ja. 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 Weil das geht einfach nicht gut. Das geht jetzt auf jeden Fall wirklich viel, viel schneller. Viel, viel, viel schneller. Wenn ich ja schon mal praktisch... Oh ja, das... Oh, alter, 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 alter... Da, da bei einer Christen. Oh ja. Oh, wie der Zombie grad hier voll den Bauchkletcher gemacht hat. Das hab ich gesehen, das wird geil. Der Crawler hat erst da oben rum und dann fällt der da voll geil runter. Ja, da bin jeder. Nice. Tot. Hammerfett. Das macht mir Spaß. Oh ja. Na, nachladen. Also das ist ja jetzt kein großes Ding mehr. Dreifachabschuss. Das hab ich ja immer auch schon, das ist geil. Alle hintereinander... Boah, das war ein perfekter Headshot. Ja, über was? Das nächste Mal schreiben wir uns irgendeinen Scheiß auf, über den wir schreiben. Äh, schreiben. Schrei... Aufschreiben? Nee, ich bin dafür, wenn wir das spontan machen. So wie über Crystal Meth reden. Ja, genau. Nee, wollen wir jetzt mal grad drüber sagen. Kannst du machen, ja. Ich bin ja jetzt mehr so aktiv. Ja. Kann ich? Okay, ich glaub, oben aus dem Fenster können wir noch ein paar. Unten sind noch ein paar, also. Und daher... Das ist alles... Ja, ist denn trotzdem hier hinten wo die Kisten sind? Das wo lassen wir auf jeden Fall noch leben. Ja. Also ich seh grad nur noch zwei, da wo...